Ja, liebe YouTube-Freunde, ich sitze da mit dem Juniorchef im Mäderischen. Wir teilen das Feld. Mit dem Truck-Guy. Genau. Das zeigt so, wie es jetzt links ist. Genau, ja. Mit 12 cm links. Ja, jetzt stimmt es noch gar nicht gleich. So war ich. Blaslexion ist das. Genau. Der erste Kipper vor. So, wir haben es herausgefunden. 359 PS. 359 PS. Blaslexion 36. Ja, und wie ihr da seht, meine Nachbarin wartet mit ihrem Matthias. Die möchte auch gerne mal einmal mehr Täsche fahren, gell? Ja, jetzt hütet da der Bauer Hause noch Kinder. Das ist die Rebekka von meiner Nachbarin. Ich kriege da einen Wagen. Und meine Nachbarin integriert mit ihrem Matthias auf dem Matthias. Ich bin gespannt. Ich bin dran, wenn ihr euch auf den N тел in arbeiten. Vielen Dank.